Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal wieder ein paar coole Apps für den Alltag vorstellen. Also, los geht's! Die erste App, die ihr euch gerne vorstellen möchtet, nennt sich Pixaloop und Kopf von der Firma Enlight. Damit hat man die Möglichkeit, Animationen in Bildern hinzuzufügen, sodass da so ein kleines animiertes Bild entsteht. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Wasserfallbild ausgewählt, also es ist hier einfach so irgendwo ein Wasserfall und den möchte ich jetzt gerne animieren, also dass das Wasser halt hier so von oben nach unten fließt. Dazu gehe ich jetzt hier unten einfach auf Animieren und wähle jetzt hier einfach mal den Pfad aus. Ich vergrößere das Ganze mal so ein bisschen und dann kann ich jetzt hier einfach so ein Pfeil markieren in die Richtung, in die halt jetzt in diesem Pfeil das Wasser fließen soll. Machen wir jetzt hier einfach mal so zwei Pfeile draus, hier hinten nochmal einen. Und wenn ich jetzt hier auf das Play-Symbol drücke, dann seht ihr schon, ja, es sieht schon mal ganz okay aus, das Wasser bewegt sich. Ich kann ja noch ein bisschen näher ran zoomen, ihr seht schon, na, aber so richtig doll ist es noch nicht. Es könnte wesentlich schneller sein. Und hier oben, ja, hier oben verwirrscht das Ganze einfach. Ihr seht schon, das hält irgendwie nicht so richtig fest. Gar kein Problem. Ich kann jetzt einfach Zwecke auswählen und es sind einfach so Reißzwecke sozusagen und die kann ich jetzt hier einfach antippen. Und da wird sozusagen dieser Bereich hier fixiert. Dann sieht es auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus. Das Tempo kann ich jetzt auch nochmal einstellen. Also wenn ich jetzt sage, ja, das soll wesentlich schneller gehen, ist natürlich jetzt nur auf die Schnelle gemacht. Man kann das natürlich noch wesentlich besser optimieren. Aber ihr seht schon, es sieht auf jeden Fall echt ganz cool aus. Und so haben wir jetzt hier so eine kleine Animation im Wasser. Es gibt natürlich in der App auch noch weitere Funktionen, zum Beispiel, dass ich jetzt auch den Himmel verändern kann. Also in diesem Fall haben wir nicht viel Himmel. Ich mache das jetzt einfach mal, aber ich denke mal, es wird nicht funktionieren. Ja, es geht. Jetzt wird jetzt hier hinten das auch noch als Himmel markiert bzw. dargestellt. Ist natürlich nicht richtig. Aber ihr seht schon, ich kann jetzt hier einfach zum Beispiel Wolken hinzufügen. Und ja, es gibt natürlich auch eine kostenpflichtige Version, aber ich sage mal, die meisten Funktionen von der kostenlosen Version reichen einfach vollkommen aus. Finde ich auf jeden Fall eine ganz coole App und ist mal ganz witzig. Kommen wir zum ersten Spiel und diese nennt sich Drive & Park. Ziel des Spiels ist es einfach, Parkplätze zu finden und damit so rückwärts einzuparken, also mit so einem kleinen Durft. Ich finde das cool. So sieht das Ganze dann aus. Oh, es war sogar perfekt. Und je nachdem, wie gut man das macht, bekommt man dann Geld. Und wenn man genug Geld zusammen hat bzw. man hat in diesem Fall jetzt acht Autos und mit acht Autos muss ich jetzt eine bestimmte Menge, das war natürlich jetzt total schlecht, muss ich eine bestimmte Menge an Geld zusammen bekommen, um jetzt dieses Level zu schaffen. Und ihr seht schon, oben rechts befindet sich hier eine Leiste. Und diese Leiste füllt sich dann natürlich, je mehr perfekte Parkplätze man sozusagen gefunden hat. Also dieser grüne Balken wird dann natürlich immer mehr. Also wenn man jetzt immer gut parkt, dann steigt natürlich wesentlich schneller der grüne Balken und man hat einfach wesentlich bessere Chancen, dieses Level zu schaffen. Ist natürlich im ersten Level relativ simpel gehalten und es wird dann immer komplizierter bzw. immer schwieriger, das Ganze zu schaffen. Aber ich finde es auf jeden Fall für zwischendurch ein recht cooles Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist manchmal echt so ein bisschen tricky gehalten, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Und es ist auch ein bisschen abwechslungsreich gehalten. Mr. Bean ist einfach zu schnell hier. Der war ein bisschen zu schnell unterwegs. Deswegen habe ich jetzt nicht das Competitive Level geschafft. Aber er macht wirklich Spaß zu spielen. Die nächste App nennt sich City Mapper. Ich bin hier in der Nähe von Hamburg. Deswegen wird das jetzt sozusagen auch als Stadt angezeigt. Wie es so in ländlichen Regionen aussieht, kann ich nicht unbedingt sagen. Aber in Großstädten wie London, Barcelona, Paris, Berlin, Hamburg und ja, alle größeren Städte funktioniert diese App wirklich ohne Probleme. Und dafür hat diese App auch eigentlich gemacht. Also mehr für Großstädte, wenn man jetzt irgendwie im Urlaub ist und so weiter. Und man einfach wissen möchte, wie komme ich jetzt von A nach B. Zum einen habe ich jetzt zum Beispiel hier das U-Bahn und S-Bahn und ja, Regionalverkehrsnetz von Hamburg. Also hier sind jetzt alle Stationen sozusagen aufgezeichnet. Ist auf jeden Fall auch ganz praktisch. Aber meistens nutzt man es natürlich dann irgendwie auch umzugucken, wie ich jetzt am schnellsten von A nach B komme. Ich habe jetzt einfach mal eine Route eingespeichert von mir zum Hamburg Rathaus. Und hier sehe ich dann auch genau, wann ich losgehen muss, beziehungsweise wann jetzt der Bus fährt, wo ich umsteigen muss, wie viele Haltestellen und so weiter. Und das Coole hierbei ist, es gibt hier so eine Go-Funktion. Das heißt, man bekommt automatisch jetzt sozusagen eine Mitteilung. Okay, du musst jetzt losgehen, um jetzt die Verbindung zu bekommen. Oder man kriegt es auch im Bus oder im Zug, wenn man jetzt unterwegs ist, eine Mitteilung, wenn man zum Beispiel an der Endhaltestelle ist. Okay, du musst jetzt in der nächsten Haltestelle aussteigen. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool. Das Ganze ist natürlich auch GPS unterstützt. Und so hat man dann auch direkt jetzt sozusagen die Möglichkeit oder sieht dann auch direkt, wo man aussteigen muss und kriegt das direkt aufs Handy angezeigt. Ist gerade ganz praktisch, wenn man jetzt in irgendwelchen Städten im Ausland unterwegs ist, wo man jetzt vielleicht nicht die Ansagen in den U-Bahnen oder Bussen so versteht. Und da ist so eine App natürlich dann wirklich sehr, sehr praktisch. Hat in meinem Fall auch immer sehr zuverlässig funktioniert. Das ist natürlich auch das Wichtigste bei einer solchen App. Und man kriegt dann hier auch natürlich alle weiteren Informationen, die jetzt nötig sind, damit man jetzt auch, ja, gut sich zurechtfindet auf einer solchen Reise. Die nächste App ist mal wieder ein Spiel und nennt sich Stickman Hook. Dazu muss ich mich immer dann an verschiedenen Punkten entlanghangeln. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Es gibt ja auch so, ja, Jumpfelder sozusagen. Aber ich habe nicht so genug Spannung, habe ich irgendwie das Gefühl. Also genug Schwung, um jetzt hier diesen Parcours zu meistern. Ich versuche es einfach mal und da bin ich jetzt auch im Ziel. Ihr seht schon, man muss sich einfach irgendwie entlanghangeln an verschiedenen Punkten, um halt dann das Ziel zu erreichen. Dazu muss man dann einfach aufs Display tippen. Ist auf jeden Fall auch sehr abwechslungsreich gehalten. Muss man einfach so ein bisschen gucken, wie man das Ganze anstellt. Man muss immer überlegen, okay, da und da muss ich mich jetzt entlanghangeln, um jetzt weiterzukommen. Gucken wir mal, dass ich jetzt hier rüberkomme. So, und den nächsten und da geht es weiter. Aber ihr seht schon, es ist auf jeden Fall echt ganz cool. So, jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren. Noch ein Jump und schaffen wir es noch. Holen wir hier nochmal ein bisschen Schwung und da sind wir im Ziel. Wie gesagt, echt ein cool Spiel, so für zwischendurch und kann man auf jeden Fall gut spielen. Die nächste App nennt sich Taylor und das Ganze ist eine App, um jetzt Screenshots zusammenfügen zu können. Also wenn man jetzt einfach Screenshots zum Beispiel von einer Webseite, wie in diesem Fall hier Wikipedia hat, dann kann man sie einfach zusammenfügen. Ich habe jetzt einfach drei Screenshots gemacht und konnte jetzt somit mit dieser App hier zu einem Screenshot sozusagen zusammenfügen. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man jetzt mehrere Sachen halt zum Beispiel von einer E-Mail oder einem PDF-Dokument oder sonstiges einfach zu einem Bild zusammenfügen möchte, ohne dass man das jetzt irgendwie groß auf den PC ziehen muss und so weiter. Das ist hiermit auf jeden Fall sehr, sehr simpel und funktioniert eigentlich in den meisten Fällen wirklich ohne Probleme. Ich nutze die kostenlose Variante. Es gibt das Ganze auch als Full-Version. Da hat man jetzt hier noch die Möglichkeit, so einen Watermark entfernen zu können. Aber ich sage mal so, es reicht einfach vollkommen aus. Ich zeige euch mal einfach das vollständige Bild. So sieht jetzt das vollständige Bild aus und man hat hier unten so ein kleines Watermark. Mich persönlich stört es jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt das, was ich wollte. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr, sehr hilfreiche App. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao.